Wie kam es dazu? Wir haben uns schon damals immer auf TikTok gefolgt, dann habe ich sie vor ungefähr einem Monat einfach so auf Instagram angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie mit drauf sein will und danach haben wir uns angerufen und das Telefonat sah ungefähr so aus. Hallo? Eywa, ich bin dabei. Wie, du bist dabei? Ja, ich bin dabei. Du bist da, 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 du bist da bei. Ja, und jetzt bringen wir den Song. Eywa! Der Song kommt diesen Donnerstag am 9.9. Ich hoffe, ihr seid bereit.